Was sind die spannendsten und wichtigsten Neuerungen rund um Microsoft 365 Copilot Wave 2? Ich habe das die letzten Wochen mal ein bisschen sacken lassen und möchte euch gerne eine Übersicht geben, was aus meiner Sicht heraus so die fünf wichtigsten Dinge sind, die in der Microsoft 365 Copilot sich weiterentwickeln und kommen. Und das sind die fünf Themen. Einmal der gezielte Zugriff auf mehrere Dokumente mit Hilfe vom Copilot in OneDrive. Dann die Möglichkeit, eigene SharePoint Copilot Agents zu erstellen und auch damit Dokumenten arbeiten zu können. Der dritte Punkt ist die Weiterentwicklung von der individuellen Arbeit mit dem Copilot hin zum Teamarbeit und natürlich auch zur Speicherung von meinen Ergebnissen aus der Arbeit. Dann Nummer vier. Die Copilots werden eigenständig und können eigenständige Aktionen ausführen. Das nennt sich Copilot Autonomous Agents. Und last but not least, die Plattform an sich wird besser. Und das zeige ich euch am Beispiel des PowerPoint Narrative Builders. Ja, die Nummer eins. Copilot in OneDrive. Gibt es schon ein bisschen länger. Ermöglicht euch den gezielten Zugriff auf bestimmte Dokumente innerhalb eures OneDrives mit dem Copilot. Beispiel, ich habe hier in meinem Ordner in OneDrive zwei Dokumente ausgewählt. Klacke dann auf mit Copilot bitte vergleichen und bekomme dann einen Vergleich zwischen diesen beiden Dokumenten. Ich kann mir auch von jedem Dokument hier, ohne das Dokument aufzumachen, eine Zusammenfassung anzeigen lassen. Oder aber ich kann auch bis zu fünf Dokumente markieren und dann sie zusammenfassen lassen. Oder wie man hier sieht, auch eine Frage stellen, die dann mit nur Informationen aus diesen fünf Dokumenten beantwortet wird. Also eine sehr gezielte, sehr fokussierte Möglichkeit, auf diese Inhalte der Dokumente zu greifen. Für mich super als Auswertung von Recherchen oder Ähnlichem. Also Copilot in OneDrive, fünf Dokumente maximal markieren und dann mit dem Copilot bearbeiten. Nummer zwei, das ist der SharePoint Copilot Agent. Jetzt kann ich nicht nur eigene Agents erstellen, sondern ich kann auch endlich in SharePoint Bibliotheken mit dem Copilot arbeiten. Hier ein Beispiel zu sehen, ich habe in der SharePoint Bibliothek zwei Dokumente ausgewählt und habe mir daraus einen Copilot Agent bauen lassen. Dazu klicke ich ganz oben rechts auf das Copilot Symbol und dann bekomme ich die Möglichkeit, Copilot erstellen zu sagen. Das sieht dann so aus, dass sich ein Fenster öffnet. Und ich im Grunde nur noch zweimal klicken muss, er die hier Quellen mit in den Copilot einbindet und dann speichere ich das Ganze und sofort kann ich jetzt mit meinem Copilot arbeiten, Abfragen stellen und bekomme dann auf der rechten Seite im entsprechenden Seitenfenster die Ergebnisse angezeigt. Das geht mit Ordnern, das geht mit einzelnen Dateien, das geht mit bibliotheksübergreifenden Ordnern. Alles zum einen, der Anwender macht das, ohne eine Zeile Code schreiben zu müssen, denn er muss einfach nur auf den Button klicken, Copilot Agent erstellen, zweimal die Maus klicken und der Agent ist fertig. Diesen Agent wird man in Zukunft mit dem Copilot Studio weiterentwickeln und weiterbearbeiten können, aber hier der Einstieg relativ gering. Und das Ganze inhaltlich adressiert natürlich das Problem, das immer wieder aufkommt, dass man sagt, ja, ich kann mit dem SharePoint Chat halt, mit dem Copilot Chat halt allgemein Fragen an Dokumente stellen, aber wenn ich gezielt eine bestimmte Bibliothek oder einen bestimmten Ordner abfragen will, weil ich weiß, da ist meine Information drin, ich möchte auf Projektinformationen zuzugreifen und ähnliches, dann ist das genau die Lösung, eine, für ich finde, eine ganz wichtige Weiterentwicklung des Copilots. Basis aber super wichtig. Dann kommen wir zu dem Thema, bisher arbeite ich ja immer gerne alleine mit dem Copilot, aber wie kann ich meine Ergebnisse, die ich mit Copilot erarbeitet habe, mit anderen teilen? Wie können wir vor allem gemeinsam weiter daran arbeiten? Das kommt jetzt mit den Copilot Pages und ihr seht hier schon, hier steht Powered by Loop, die basieren auf Loop. Wie sieht das aus? Hier Ergebnis eines Chats. Bisher hat am Ende dieses Chats immer der Cut- und Paste-Button gestanden, kopieren, jetzt erscheint dort in Pages bearbeiten. Und wenn ihr auf In-Pages bearbeiten klickt, dann wird eine neue Page erstellt, das ist eine Loop-Page. Das heißt, hier kommt Loop ins Spiel und überträgt die Inhalte eurer Abfrage direkt in diese Loop-Page. Und ist auch in der Lage, aus den Aufbauten, aus der Antwort tatsächlich Loop-Komponenten zu erzeugen. Also wenn ihr zum Beispiel eine Tabelle als Ergebnis im Chat habt, dann wird das auch als Tabellenelement in Loop eingerichtet. So, mit dieser Loop-Page kann ich jetzt natürlich weiterarbeiten. Ich kann zusätzliche Loop-Elemente einfügen, Aufgabenlisten, Zwischenüberschriften, zusätzliche Texte. Ich kann später ergänzend aus meinen weiteren Copilot-Arbeiten Informationen hinzufügen. Und das Ganze kann ich dann, die Loop-Page, mit anderen teilen und sie einladen mit mir, gemeinsam an dieser Loop-Page zu arbeiten. Super weiter. Müssten natürlich Loop lernen, ist alles noch sehr, ich sag mal, sehr frühes Stadium. Aber konzeptionell finde ich richtig angelegt und einfach eine super Sache, weil ich jetzt weg von diesem Cut & Paste komme und hier eine Perspektive habe, wo in Zukunft meine Daten aus dem Copilot liegen und wo ich mit den Daten mit anderen weiterarbeiten kann. Angekündigt, aber noch nicht da, der nächste Schritt in der Copilot-Plattform. Bisher, unser Copilot-Agent, unser Copilot, dem geben wir eine Aufgabe und er gibt uns ein Ergebnis zurück. Aber er tut nichts weiter. Mit dem Copilot Autonomous Agent können die Agenten jetzt und die Co-Piloten auch tatsächlich Aktionen vornehmen, die wir Ihnen vorgeben und arbeiten selbstständig. Das wurde auf der AI-Tour schon mal vorgestellt, ist aber noch nicht verfügbar. Beispiel war diese McKinsey-Case-Study, in dem McKinsey, die Beratungsagentur, E-Mail-Anfragen von möglichen Kunden kommen, die ihre Anliegen schildern und gerne jetzt einen Fachmann sprechen möchten, mit dem das durchgearbeitet werden kann. Diese E-Mails werden jetzt einmal verarbeitet und es wird herausgesucht, sind alle Informationen für den Kunden da? Kennen wir den Kunden schon? Was hatten wir bisher mit den Kunden? Was will der eigentlich? Gibt es zu diesem Thema weitergehende Informationen? Wer ist im Unternehmen dafür zuständig und an wen können wir die Informationen weiterleiten? Und an den schicken wir dann eine E-Mail zusammen. Also sechs Schritte, die dafür sorgen, dass eine eingehende E-Mail-Anfrage vorqualifiziert wird und letztlich beim Bearbeiter auf dem Tisch landet und der sofort weiß, worum es geht. Das Ganze passiert technisch gesehen mit Hilfe von Power-Apps, mit Flows, die im Hintergrund programmiert werden. Aber, und das ist der Killer-Aspekt an der Geschichte, die werden nicht programmiert, sondern das, was passiert ist, man formuliert die Aufgabe, so wie ich es gerade gesagt habe, in Form eines Prompts. Und das ist das sozusagen, der Eingang, den ich bei der Erstellung dieses Autonomous Agents quasi vorgebe. Ich gebe nur noch den Text, die Aufgaben Schritt für Schritt vor und der Agent baut daraus die einzelnen Flow-Schritte weiter. Ja, und das ist natürlich super spannend, weil ich dann auch ohne große Kenntnisse zumindest, sagen wir mal, für den Einstieg von der Power-Plattform hier kleine Workflows, kleine Aktivitäten einrichten, ausarbeiten kann. Das Ganze kann man dann natürlich wieder später mit Copilot Studio weitergehend bearbeiten. Ja, und last but not least, die Qualität der Antworten und der inhaltlichen Ergebnisse von Microsoft 365 Copilot wird sich verbessern, weil jetzt das im Hintergrund liegende Large-Language-Modell auf ChatGPT 4.0 umgestellt wird. Ja, und deshalb bekomme ich sicherlich bessere inhaltliche Antworten aus dem Copilot heraus. Und als zweites, die einzelnen Co-Piloten werden auch weiter verbessert hinsichtlich ihrer Funktionen. Das kann man ganz gut am PowerPoint-Copilot sehen. Der teilt nämlich jetzt mittlerweile, wenn ich eine Foliepräsentation vom Scratch sozusagen erstellen will, teilt das jetzt in zwei Schritte auf. Das erste ist sozusagen eine inhaltliche Struktur mit entsprechenden Gliederungsoptionen und Unterpunkten, die erarbeitet werden für die Präsentation. Und wenn man damit zufrieden ist, dann wird im zweiten Schritt quasi das Folienwerk daraus erstellt mit den Grafiken, Sprecher, Notizen, Abständen und allem, was dazukommt. Ausgangspunkt ist dann entsprechend ein Prompt, den man vorstellt. Übrigens kleine Anmerkung, Unternehmensvorlagen können jetzt auch unterstützt werden. Anmerkung zu Ende. Ja, und dann schickt man diesen Prompt ab. Und es gibt auf der linken Seite dann zunächst mal diese Übersicht, die der Copilot erstellt über die einzelnen Folien mit den Überschriften und den Unterpunkten, die in dieser Folie diskutiert werden können. Das kann ich jetzt bearbeiten, umorganisieren, löschen, neue Folien hinzufügen. Und wenn ich damit fertig bin, klicke ich unten auf Folien generieren. Dann beginnt der PowerPoint Copilot quasi mit der Umsetzung der Texte in Folien. Und letztlich am Ende kommt dann diese komplette Übersicht heraus. Und ich habe dann meine entsprechenden Folien mit recht ordentlich passenden Grafiken dazu, mit entsprechenden Texten, mit Unterabschnitten, mit Abschnittsfolien, mit Themenübersicht. Also da passiert auch inhaltlich eine ganze Menge mehr. Das waren meine Microsoft 365 Copilot bei F2 Top 5 Themen. Viel Spaß damit und abonniert den Podcast yourcopilot.de. Da gibt es das Ganze auch nochmal auf die Ohren.